Shibawa Welpe abzugeben Von privat abzugeben Der Welpe ist am 13. Dezember 2010 geboren. Der Welpe ist ein Shibawa-Seehund. Rufen Sie uns an 0 5 6 0 8 6 4 2 7 5 8 0 1 5 2 2 7 3 2 5 3 3 8 Besuchen Sie uns in Zurichwald. Untertitelung des ZDF, 2020